Bürger lässt die süße Sahne, schnappt ihr lieber eine rote Fähne und macht aus Polizisten gute Sozialisten und vorne stand die Polizeigette und als wir da mit dem Schwung kamen, da haben wir natürlich die Polizeigette durchbrochen und so sind wir also da wieder durchgekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Fischer da vielleicht aber abgekriegt hat, weil der natürlich nicht so groß war, da war es geschickt, dass ich so groß war und konnte da meinen Nebenmann oder Nebenfrau sich Hilfe leisten. Ansonsten waren die Demonstrationen nicht so eine Latschdemo, wie sie heute so sehen, also da machst du die katholische Kirche bei der Prozession auch besser, sondern da war auch Leben drin, Arm in Arm sind wir da gesprungen. Dann haut den ersten Polizisten ihre Köpfe ein, das war ein Motor, manchmal auch fahre ich noch, wenn ich da, dann muss ich, dann drehe ich einmal laut, ja. Wir wollen alles, für das Thema. Und da haben wir keinen besseren Spruch gefunden, nicht? Das ist auch, da hat jeder überlegt, so viel überlegt, gell. Und dann kann das alles, ich weiß es nicht mehr, weil er noch praktisch... Wir haben ja damals auch gedacht, nicht? Also über die Erziehung läuft das, nicht? Die nächste Generation, die ist dann da, nicht? Die macht dann die Revolution, ja. Ja, das ist, damit müssen wir beginnen. Ja, nur, klar, für eine Revolution, da muss ja wichtige Voraussetzungen da sein, da muss ja Elend da sein, nicht? Es muss eine Masse da sein, die tatsächlich sagt, so geht es nicht, weil Elend da müssen sein. Das ist ganz klar. Ne, eine Revolution gab es nicht, das ist klar. Also das haben wir ja, das hat man ja immer gedacht, aber naja, vielleicht auch im Jugendlichen Schwung, nicht? Der da, das bin ich. Und das bin ich auch da, da. Das ist noch mit der echten Zigarette, die ja noch schmeckt, die ja noch das Fleisch bringt. Nicht so heute da diese Thermostrumpfung aus. So eine Packung haben da, da sind rausgelaufen. Das ist eine Schwierigkeit, da geht das Zeige loszuwerden. Nein, nein. Mit 37, wenn das loswerden, ja. Eines war ja damals interessant, dass die Studentenbewegung hat sich nur entzünden können, dadurch, dass materieller Überfluss, für uns nicht, das war die Voraussetzung. Es ist ja, damals war für uns alle klar, wir kriegen alle einen Job, im Gegenteil. Dadurch, dass ich Lehrer geworden bin, habe ich gleich 2000 Mark bekommen, dass ich überhaupt mich für den Schuldienst gemeldet habe. Ich meine, sowieso diese sozialistische Ansätze damals, man muss sich auch vorstellen, dass in der Überflussgesellschaft, wo soll sie Fuß fassen, nicht? Die Bevölkerung hat immer zu uns gesagt, was habt ihr denn? Nicht? Wir haben doch alles, nicht? Uns geht es doch gut, seid doch froh, nicht? Also nicht? Das ist aber, das war nicht vermittelbar. Heute wäre es vielleicht, das weiß ich nicht. Also bei den Hartz-IV-Demonstrationen, ja, je nachdem, da sieht man ja schon auch ehemalige Mitmarschieren. Aber, ja... 1, 2, 3 und 4 Montags demonstrieren wir Der Schröder wird zum Teufel gehen Auch die Merkel wird zum Teufel gehen Und mit ihnen die 20 Zehn Und mit ihnen die 20 Zehn Ich wollte noch, Moment, ich wollte noch einen kurzen Aufruf machen, weil es ist immer gut, wenn immer neue Parolen kommen und es ist ja gar nicht so einfach, auf neue Parolen zu kommen. Aber wenn jeder sich einmal in der Woche Zeit nimmt, statt einen Kaffee trinken, vielleicht einen guten Reim, vielleicht mit Kollegen oder Schülern überlegen, was wäre eine gute Parole für die Montagsdemonstration. Einfach aufschreiben und nächsten Montag hier vorne abgeben. Mal sehen, was da rauskommt. Aber ich denke, so wird sich das sicherlich auch beleben. Noch befriedigt der Kapitalismus der größte Teil der Leute, also so. Im Gegenteil, es ist noch eine Endpolitisierung, findet statt. Losben! 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 Mit der zweite Lauf und Kesselung oder wenn er hier, also Reichtum ist ja genügend, solange wenn er hier 500 Meter weiter ist, der Sparplatz. Auch wenn da ein Spiel ist oder Training, dann muss man mal hingehen, dann ist alles voll mit Autos. Die haben ja nicht weiter zum Sparplatz wie ich. Die fahren, aber die müssen fahren, weil sie ihr Sexualprothese zeigen müssen, weil sie so viel Geld investieren. Das ist auch klar, aber das ist halt schwierig. Und denen geht es da. Das hängt auch damit zusammen. Hier haben wir die Eger verkauft, wenn das Bauland wurde. Das ist noch übernacht, Millionär. Ja, das stimmt. Das ist klar. Das hat auch in Herberg, fand ich auch. Die Schüler haben da viele hin. Da hat die Eltern ganz schön Geld. Also wenn sie mal gefragt haben, dann haben sie auch zwei Schlitter da stehen. Das Gefälle ist schon gewaltig geworden, zwischen Leuten, die wahnsinnig viel verdienen und Leuten, die jetzt in Hartz IV fallen. Da sieht es also böse aus. Nicht bei uns der Abgeordnete Rebnik, Sozialminister. Der Teufel hat ja den zum Lotto-König gemacht. Der ist ja der Oberaufseher bei der Lotto-Gesellschaft geworden. Er kriegt 180.000 Euro. Also da ist ganz konkret für mich ein Punkt, der selber hat eine Apotheke in Rotenburg. Und das weiß ich, weil der ja von Rotenburg kommt. Und da könnte man zum Beispiel sechs gute Betriebswirte, die es gibt, die arbeitslos geworden sind, mit 50, weil der Betrieb ausgelagert worden ist. Aber gute, die wirklich was verstehen vom Fall. Die könnte man damit bezahlen. Und die sollen auch die Lotto-Gesellschaft verwalten. Nicht oben. Weil, ob es der Apotheker kann, also das stelle ich ja in Frage. Aber 180.000, nicht? Und da könnte man also vier bis sechs Betriebswirte. Ich meine, Leute sagen immer zu, das würde das System auch nicht lösen. Das Grundproblem. Natürlich nicht. Aber ein Zeichen setzen würde das trotzdem, nicht? Und das reicht doch eine Apotheke, wenn ich das habe. Aber das reicht dem nicht. Ich weiß nicht. Also, das verstehe ich nicht. Also, da verstehe ich ja auch den Teufel nicht. Wie kann man so einen Quatsch machen? Oder nicht? Da hätten wir doch vier, fünf rein, die jetzt in Hartz IV noch fallen, nicht? Ja, aber das sind so die kleinen Sachen. Das Gros der armen Leute, das nimmt ja zu. Kinderarmut und die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen. Das sind unsere wahre Probleme. Und man wissen auch selber nicht was. Keiner weiß es eigentlich, so wie es weitergehen soll. Werde Diskussion findet auch nicht statt, im Augenblick. Das war's! Das war's! . Vielen Dank.